Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zentralia Part 5 glaube ich mittlerweile. Und, ja, ja, ich weiß nicht. Und wie versprochen könnt ihr gerne dabei sein, wie ich mein Gewehrlein suche, was hoffentlich hier irgendwo verstreut rumliegen sollte. Ich bin nur gerade am überlegen, in welches Haus ich als erstes reingehen sollte, weil theoretisch... Weil theoretisch müsste ich ja... Nochmal ins allererste Haus, da war nämlich, ähm... Ne, ne Kiste. Und die Kiste könnte ich theoretisch aufmachen, was ich auch versuchen werde. Ich hoffe nur, dass nicht jeder einzelne Zombie nachgespawnt ist. Ich mein, es waren nur zwei, glaub ich. Aber, wäre schon stumm genug. Ich hab nämlich nichts mehr zum Heilen. Oh doch, also. Okay. Ich hab mich vorher richtig im Gucken sollen. So ein Mist. Gott! Verdammt nochmal. Das macht's nicht besser, dass ich nichts zum Heilen hab. Okay, ich bin gerade ein bisschen am überlegen. Ich hab ja theoretisch... ...zu jedem Zimmer jetzt Zugang, oder? Das heißt ja, theoretisch könnte ich eigentlich von oben anfangen und dann einfach unterarbeiten. Genau, das Baby hatte ich nämlich auch nicht. Und aufs Dach komm ich. Ah, da ist noch ein Zombie auf dem Dach. Okay. Ich versuch das hier gerade alles ein bisschen hektischer zu machen. Hier wird's bestimmt auch viele Jump Cuts geben, weil ich muss jetzt wirklich alles durchsuchen. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich Bock drauf habe, weil die Gegenstände natürlich nicht respawned sind. Aber ey... Was soll's? Deswegen müssen wir heute mal ein bisschen hin und her switchen und gucken, ob ich das wie eine Vasisuri... Und wenn ich nicht da ist wie eine Vasisuri, werde ich sehr traurig. Und dann hab ich gerade ein bisschen überlegen, ob es sich dann überhaupt lohnt, nochmal in diese Bude hier reinzukommen. Okay, es muss ein Weg geben, da reinzukommen. Hat diese... Okay, diese Wohnung hat nicht mal eine Klingel. Ah! 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 Okay, das hab ich schneller gefunden als erwartet. Und ich bin gerade ein bisschen überlegen. Ja, ja. Bin doch gerade ein bisschen überlegen. Ob... Hältst du an der Schrotflinte? Yay! Okay, ich hab einen Teil der Schrotflinte gefunden. Ja, yippie. Was auch immer das war, ich konnte es nicht erkennen. Äh, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich die ganze Zeit höre, wie so ein Fahrstuhl, bing, die ganze Zeit zu hören ist. Auch schon, als ich die Haustür aufgemacht hab und als ich dann hier reingekommen bin. Verwirrend. Sehr ver... Ich kann nichts drücken. Der Fahrstuhl war gerade noch zu, als ich hier reingekommen bin. Ah. Wie viele Stockwerke kann ich hochlaufen? Bis zum vierten, oder? Da, 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 da. Wir sind gerade ein bisschen verwirrt, aber wenn es geht, geht. Ähm. Okay. Die Fahrstuhl möchte also nicht aufgehen. Okay, versuchen wir es mal mit dem dritten, äh, achten. Das sieht auch aus wie eine 3. Keine Ahnung, bin ich jetzt auf den dritten gekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Markierung was bedeutet. Haben die Tür gehört? Verdächtig. Okay, bin ich zu dumm, um die Türen aufzumachen, oder? Würde mir schon helfen, wenn ich wüsste, dass diese... diese Etage wirklich animiert ist, oder nicht? Oder ob das einfach nur... nur so da ist. Nämlich keine Ahnung. Hier war ich... noch nicht. Holy shit, wie viele sind denn hier? Okay. Okay, da ist definitiv einer drin. Warte, die Leute. Ah. Aber ich bin mir grad nicht so sicher. Ich hab halt nichts mehr zum Heilen. Generell geht's mir nicht mehr so gut. Danke. Na gut, ich hab doch noch was. Hab gelogen. Ja gut, ich hab das halt nicht mehr so auf dem Schirm, nicht wahr? Das ist halt schon wieder ein bisschen länger her. Den ganzen Scheiß hier weg. Okay. Mein Gott. Hier ist aber auch eine Menge Müll in der Stadt. Okay. Ich korrigier mich. Hier war ich anscheinend auch noch nicht. Das heißt, hier ist natürlich auch verschlossen, ne? Okay. Das heißt, ich befinde mich jetzt in einem Areal, in dem ich vorher nicht zugreifen konnte, weil ich zu dumm war. Ich weiß, über mir ist ein Zombie im Haus. Okay, warte. Ich schieß den eben weg. So, die Hoffnung. Ob ich es wirklich schaffe? Gott, dieser beschissene Schrank hat mich aufgehalten. Ich brauch Heilung. Irgendwer. Ich lutsche meinetwegen auch an einem Pflaster, wenn mir das hilft. Das ist mir so egal. Ah, eine Kiste. Okay. Äh, X war das, ne? Wow, 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 wow. Okay, nicht so viele Stätze, wie ich jetzt erwartet hätte, aber okay. Ah, nein, schon wieder Stühle. Ich nicht, ey. Das muss man so komplett rausschreien, weil sonst wissen die Zombies nicht, dass man bewaffnet ist. Und dann greifen sie einen noch mehr an. Deswegen habe ich das gerade geschrieben. Mechstens weiß ich nicht, warum ich es geschrieben habe, aber... Hey. Vielleicht war es ein Freudenschrei. Keine Ahnung. Ich lebe so selten welche. Lass mich durch. Danke. Okay. Ich schätze mal, die Wohnung kann ich da hinten knicken. Okay. Was ist das denn für ein armseliges BB-Zimmer? Oh mein Gott. Das ist ein bisschen traurig. Kann ich mich hier vielleicht... Ja, kann ich. Okay. Bedenklich. Okay. Irgendwas zum Heilen. Ich weiß, es ist relativ knapp hier. Aber wer so viele Diamanten rumfliegen hat, der hat bestimmt auch mal ein, zwei Millikids dabei, oder nicht? Okay. Meine Frage ist natürlich, was mache ich, wenn ich irgendwann komplett festhänge? Was momentan der Fall ist, weil momentan habe ich nichts zum Heilen. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, den Boss zu besiegen. Zumindest im Moment nicht. Ja. Wird schwer, ne? Okay, hier war halt nichts weiter. Gut, eine Etage runter. Aber wenn ich den Boss nicht besiegen kann, muss ich ja theoretisch nochmal von vorne anfangen. Das kann ich wohl tun. Aber meine Fresse, wäre das anstrengender. Ich wünsche, es gäbe halt wirklich einen Laden, wo man sich... Keine Ahnung. So ein Erste-Hilfe-Spray oder sowas kaufen kann. Okay. Das wäre für mich persönlich halt super hilfreich. Aber ich kann mich halt leider nicht selber upgraden, was ich gerne tun würde. Ich weiß, die Schrottflinte rückt immer näher. Es war nicht smart, das jetzt alles auszugeben. Ist mir aber egal. Gerade habe ich keine andere Möglichkeit. Okay, ich befinde mich jetzt im fünften Stock. Wir gucken mal in den vierten Stock. Aber das müsste eigentlich der Stock sein, den ich auch zu Fuß erreichen kann. Wenn ich das richtig nach... ...überlege. Falls das ein Wort ist. Nein, kann ich nicht. Okay. Der Typ macht mich irre mit seinen Fußschritten. Ich denke, jedes Mal, da läuft irgendeiner. Nein. Okay, hier ist das Baby. Das heißt, ich komme nicht in den vierten Stock? Ah. Aber ich kam vom fünften auch nicht runter, oder? So, lobby, lobby, lobby. Habe ich eigentlich Munition? Ach, die hatte ich schon eingesammelt, ne? Oh Gott, schon wieder so viel Kram. Vielleicht tut es mir auch nicht leid, dass ich meine Pistole aufgewertet habe. Vielleicht war es auch einfach mal an der Zeit. Das ist das Einzige, was halt logischerweise nicht nachsponsiert. Die tun. Aber sonst? Alles. Okay. Verdammt. So knapp. Ja, geht ein bisschen schneller. Was ist das hier für ein... Ich habe noch nie so einen Wandschrank gesehen. Ein Flurschrank. Ich bin doch jetzt... Okay, wo bin ich? In welcher Etage? Ich habe mich anscheinend nicht wirklich gut umgeguckt. Was von mir ja absolut unerwartet kommt. Dass ich mich nicht genug umgeguckt habe. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Nein. Gibt es hier was an der Wand? Ich gucke grundsätzlich nur auf die Schubladen. Aber vielleicht sollte ich mal auch mal in die Wand gucken. Da hängt dann manchmal sowas wie eine... Holzgewehr oder sowas. Danke. Nein, 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 nein. Okay. Brot, irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich nehme es mit. Was war das? Noch mehr Maschinenpistolenmussion. Je. Wenn ich irgendwo meine habe, sage ich ihr Bescheid. Eine Schreibmaschine. What? Hier war ich sowas von definitiv noch nicht. Ich bin gerade super verwirrt. Hier muss ich doch gewesen sein. Oder bin ich jetzt dank des Fahrstuhls zu weit unten? Hä? Ich bin wirklich sehr verwirrt. Sieht übrigens aus wie mein Keller. Was ist denn was drin? Nein. Oder ging es grundsätzlich... Das macht doch gar keinen Sinn, dass er jetzt runter zählt von 15 drunter. Oder bin ich immer schon auf einer Mitteletage reingekommen? Und die ersten Türen war... Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich glaube, ich habe noch nie die Tür mit 1, 2, 3 gesehen. Das stimmt schon. Soll ich mir sagen, dass wenn man in dieses Haus reinkommt, das nicht angeordnet ist wie... Treppe ein Stück hoch. Dann erste Tür. Dann neben die zweite. Dann die dritte. Dann noch eine Etage hoch. Vierte, fünfte, sechste. Sondern ich komme rein und das ist 13, 14, 15. Unter mir sind die anderen. Und über mir sind die höheren Zahlen. Was ist denn das für ein riesiger Keller? Das verhört mich gerade total. Das heißt, du sagst zu deinem Kumpel, ey, ich wohne in einem Apartment 1. Und der denkt so, oh cool, brauche ich nicht wieder Treppen laufen. Dann muss er erstmal bis in die Hülle runterkrabbeln, damit er dann mal zu Apartment 1 kommt, oder was? Interessant. Warum nicht? Irgendwas von Interesse? Nein. Auch nichts. Okay. Jetzt gehe ich nämlich raus. Okay, ja, das macht Sinn. Nee, macht es nicht. Weil, wenn ich reinkomme, bin ich ja trotzdem bei Apartment 13. 13, 14, 15. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Wo sind denn hier 3, 2, 1? Wir haben das gehört. Okay, der war über mir. Also möchte ich mir das Spiel sagen, oder ich möchte mir selber sagen, dass ich so dumm war. Ja, okay, ich war an Etage 0. Ja, das macht Sinn. War hier einer? Nein? Okay. War ich jetzt in den Keller? Okay, also ich war so dumm und habe mich nie auf der Etage umgeguckt, auf der ich war, als ich hier reingekommen bin. Das macht Sinn. Dafür sollte ich mir selber auf die Schulter klopfen. Hier ist nämlich eine fucking Schreibmaschine. Die ich jetzt nochmal benutzen werde. Keine Ahnung. Ich bin zu verblüfft von meiner eigenen Blödheit gerade, als wäre, dass ich damit irgendwie klarkommen könnte. Okay, ich weiß, es ruckelt. Ist gleich wieder vorbei. Äh, jetzt. So, jetzt sind wir nämlich im kompletten Apartmentkomplex im anderen. Ach, hier sind 1, 2, 3. Das sind die Wohnungen, die zusammengehören. Also eigentlich sowas wie Adresse. Ich muss kurz gucken. Ach nee, kann ich nicht. Ich habe keine Karte hier drin. Also sowas wie Apartment, Major Street, bla bla, Apartment 18A. Oder Haus Nummer 18A. Und das ist jetzt B. Aber eigentlich ist ja rechts A, weil links ist B. Versteht mich einer? Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Aber ich bin einfach zu verwirrend, wie das hier funktioniert. Okay, jetzt nehme ich auch eine Schreibmaschine. Aber das wusste ich. Egal, wir nehmen trotzdem nochmal alles mit. All das, was wir finden können. Zählen wir drinnen? Nö. Wow, 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 wow. Yeah. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Zombie in einer Wohnung war. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Tür sicherlich ein bisschen vorsichtiger aufgemacht. Ah, okay. Aber dass meine Pistole jetzt so schnell schießt, finde ich wesentlich besser als wie vorher. Ja, das bräuchte ich. Ja, wäre jetzt nur Telefon. Hallo? Hallo? Okay, das schreibe ich mir schnell auf, weil sonst vergesse ich es wieder. 0, 2, 9, 1. Hat er sich sicherlich auch gerade in den Hinweisen eingesch... ... ... ... ... ... Einfach nur Schrank. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob da jetzt die Schroffnitte drin ist. Okay. Oder nicht. Ich würde gar nicht Schublade hinter den Ball aufmachen, wenn es geht. Da ist halt nie was drin. Moment. Habe ich die Schublade nicht gerade schon aufgemacht? Oder bin ich jetzt einfach nur blöd? Doch, da war doch gerade genau das gleiche drin, oder nicht? Ist gerade alles respawnt. Okay, was auch. Ich nehme es gerne mit. Okay, ich muss mir einfach nur merken. Im ersten Haus bin ich jetzt komplett durch. Da habe ich jetzt alles. Sprich, ich könnte jetzt eigentlich runtergehen. Auf der Etage bin ich... Na, ja, ist egal. Das heißt, ich gehe... Möchte ich da gerade was blinken sehen? Ich bin hier so lang. Ja, vielleicht die Schublade. Das heißt, ich werde jetzt eben kurz speichern gehen. Weil, wer weiß, vielleicht sterbe ich auch auf der Straße. Wäre auch nicht das erste Mal. Und... Dann werde ich rüber zur Polizeistation rennen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Neck. Und dann werde ich einfach gucken, was in dieser geilen Safe-Schrank- Gramm-Bamse ist. Und hoffe einfach, dass da eine richtig gute Waffe drin ist. Und dann hoffe ich einfach, dass ich den Boss besiegen kann. Vielleicht. Ich meine, vielleicht ist da auch einfach nur der Revolver drin, für den ich jetzt gerade mal vier Schuss habe oder so. Gerade eingesammelt. Aber hey, das wäre schon mal ein Anfang. Deswegen einfach mal gucken. Du schießt aber echt ungünstig und ich glaube, ich habe nicht mehr viel Ausdauer. Ich würde gerne an dir vorbei, ohne zu schießen, weil ich brauche die Munition. Wow! Wow! Du bist den ganzen Weg bis hierher, bist du gelaufen. gesprinte. Du hast mehr Ausdauer als ich. Holy shit. Ach ja. Ich vergesse mal den Zombie, dass hier noch einer drin ist. Okay. So, wo war der Schrank? Ich habe es nämlich ein bisschen vergessen. Oh Gott, hier sind ja auch noch überall Schubladen. Ist hier vielleicht noch Munition irgendwo? Da hat auf jeden Fall was geblinkt. Okay. Sonst nicht mehr. Wo hat der Putz? Wo kommt der Putz her? Okay. Zumindest erwartet, dass er jetzt ein Loch ist oder so. Aber nein. Okay, hier ist auch nicht der Waffenschrank. Hier ist die Beweiskammer. Ach ja, stellen Sie sich an die Wand und lächeln Sie bloß nicht, weil sonst könnte das ja das Bild verfälschen. Okay, hier sind auch noch Schränke. Nischt. Nischt. Ich schätze mal, das ist der Waffenschrank? Ich meine, das ist ein Waffensafe. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das wirklich so ernst und ehrlich meinten, als die gesagt haben, Waffenschrank. Na, was machen wir mal? Gucken wir mal. Null. Zwei. Neun. Eins. Yay. Gib mir eine Waffe. Eine gute. Was ist das? Halbautoschumhauses Gewehr. Nein, nein, nein. Das ist gar nicht das Gewehr. Okay. Ich besitze nun ein halbautoschumhauses Gewehr. Das freut mich. Nur gerade jetzt will ich es nicht benutzen. Das ist mir zu schade für. Nutze ich dann lieber für einen Boss. Allerdings habe ich immer noch keine Schrotflinte. Da aber das halbautomatische Gewehr auf die drei gespeichert wurde als Schnellwahl-Taste, gehe ich mal davon aus, dass die Schrotflinte erst später kommt? Für die vier? Bin ich damit recht in der Annahme? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Und es wird immer so gelagert, wie es halt gerade da ist. Du hast nichts Neues zu sagen? Na? Ach, wie ärgerlich wäre das, wenn jetzt in so einem Ding hier ein Dietrich-Set wäre. Ah, tschüss. Okay, dann werde ich jetzt nochmal kurz speichern. Ja, soll ich denn zurück zur Schule? Wäre eine Möglichkeit. Oder ich werte erst mal die Waffe auf. Diese hier. Geschwindigkeit? Ich brauche... Es ist halbautomatisch. Braucht die wirklich Geschwindigkeit? Ich bin nämlich nicht so sicher. Oh, die Schrotflinte sieht teuer. Und die Schrotflinte ist auf dem zweiten Platz. Ah! Irgendwo muss hier eine Schrotflinte drauf liegen. Okay, Leistung. Verdammt. Nachladen. Okay. Ich habe hier irgendwo eine Schrotflinte übersehen. Es geht mir echt ein bisschen auf den Sack. Ich hätte gerne eine Schrotflinte. Ich habe mich hier nie umgeguckt. Ist hier irgendwas? Irgendwo. Irgendwie. Nein. Hm. Okay. Dann werde ich nochmal... Cool, dass du schon auf mich wartest. Ich kann nicht durch Gitter schießen. Dammit. Okay. Äh. Ja, meine... Meine Frage ist jetzt natürlich, gehe ich jetzt zum Boss, den ich natürlich machen könnte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn noch schaffe. Oder gehe ich nochmal in die Hütte und suche meine Schrotflinte. Und da ich eh schon angefangen habe, hier jeden Scheiß zusammen zu sammeln, gehe ich mal davon aus, ich gehe jetzt einfach nochmal in die Hütte und suche mir eine Schrotflinte. Aber bevor ich das tue, werde ich hier nochmal kurz nachgucken. Weil hier war ich nämlich auch schon lange nicht mehr. Und kann ja natürlich sein, dass sich hier irgendwas getan hat. Oder ich hier irgendwo was übersehen habe. Oder blablabla. Du wirst, wie es läuft. Backtracking for the win. Und hier war glaube ich auch nur ein Zombie. Also von daher, das geht schon. Immerhin verhält sich die Pistole jetzt wie eine Pistole. Aber ich habe doch noch einen Zombie. Mehr als einer. Ohne weiter. Offensichtlich doch mehr als eins zu mir. Okay. Das war offensichtlich ein kritischer Erfolg. Yippie. Oh, hier fängt es auch schon wieder an. Ich verstehe diese Aufteilung nicht. Wenn das da unten ein Laden ist, kann das hier nicht Apartment 1 sein. Das macht keinen Sinn. Weil ich weiß nicht, vielleicht ist hier auch... Dingens. Irgendwas für eine Pistole. Oder das hier. Tut mir ganz leid. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ein bisschen laggy ist es heute generell. Habe ich das Gefühl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an mir liegt. Oder... Du warst doch schon da. Was willst du denn von mir? Ja, wenn es an mir liegt, tut es mir natürlich leid. Ich habe im Hintergrund tatsache noch ein, zwei Programme am Laufen. Stimmt schon. Könnte wohl mein Problem sein. Wenn nicht, dann tut es mir trotzdem leid. Also wenn es die Schuld vom Spiel ist. Dann muss ich nochmal gucken in der Einstellung, ob ich das irgendwie ändern kann. Je nachdem, wie schlimm es denn natürlich nachher im Video ist. Weil mich persönlich stört es jetzt nicht so sehr. Aber falls es so bleiben sollte und falls es so schlimm ist, wie wenn es im Video angezeigt wird, es schlimm ist, wenn ich rausgehe aus einem Apartment. Beziehungsweise raus auf die Straße. Und dass das ganze Video ist. Ist das Video eh für den Arsch. Dann kann ich es eh nicht hochladen. Oder möchte nicht. Können kann ich wohl schon. Okay, das ist eine Badewanne. Super. Ah, hier. Ich habe mich schon gefunden, wo der ist. Komm, wir gucken trotzdem einfach mal überall nach. Weil das geht ja doch relativ fix, wenn man mal irgendwas übersieht. Und so ein paar Brötchen will man halt nicht zurücklassen. Die wir voll zusammengebuttert von der Mama. Hier ist nix. Hier ist aber nix. Hier war noch nie irgendwas. Hier ist der Lüftungsschacht. Okay. Aber das heißt, im Umkehrschluss für mich auch, dass hier nichts Spannendes sein kann? Oder vielleicht irre ich mich auch total. Ich weiß es halt nicht. Mir hat halt noch keiner irgendwas gesagt von wegen, ja, sie brauchen dafür jetzt ein Holzgewehr, damit sie das benutzen können, um das richtige Gewehr zu nehmen. Oder sonst irgendwas. Ich meine, es gibt ja auch immer noch die Speichertür, wo ich einen Schlüssel für brauche, damit ich speichern kann. Ich weiß nicht genau, was sie mir aussagen möchte. Außerdem gibt es noch den einen Raum mit dem Zombie, denke ich, wo ich ganz zum Anfang schon rein konnte, aber wo ich nicht an dem Zombie vorbei konnte. Nur um dann mitzubekommen, dass eh alle Türen zugeschlossen sind. Stimmt, warte mal. War ich durchgegangen? Hatte das Symbol gesehen und bin dann sofort zu Stan gelaufen? Ich glaube ja. Das heißt, ich war gar nicht oben, richtig? Oder ging es nicht weiter hoch? War ich hier jemals? Keiner weiß es. Aber ich glaube nicht. Oh, naja, an das Flakhandel nicht, könnte ich mich erinnern. Nein, nein, nichts. Okay. Mein Zeigefinger wird so langsam taub. Du bist ganz auf Egesplämme und so. Okay, ich habe keinen Zombie, das heißt, ich habe keine Gefahr. Das heißt, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Und wenn ich dann doch in den Zombie reinlaufe, ist es meine eigene Schuld. Nee, nee. Äh, äh. Mmh, mmh. Oh. Ein Stück Seife. Fast übersehen. Okay, ist nichts weiter. Nee, 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 nee. Ich finde es schön, wie sie alle ihre Türen akkurat verschlossen haben, nachdem sie geflohen sind oder so. Schatz, pack schnell alle Sachen ein. Wir müssen aus dieser Stadt. Sofort. Los. Was? Du willst noch alle Sachen zuklappen und zumachen und abschließen am besten? Okay, ja gut. Wir werden hier nie wieder herkommen. Die ganze komplette Stadt wird verbrannt. Aber ja, klar. Private Sachen sind immer wichtig. Ist ja noch irgendwas. Obwohl, nee. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überlegen. Ich glaube, hier war ich doch schon mal. Ich habe besonders die Stelle mit dem Buch an der Seite vom Bett erinnert mich sehr an etwas, das ich schon mal gesehen habe. Ich bin der Meinung, ich habe es hier gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es ist auch nicht so, als wäre hier jeder Raum komplett unik und den hätte man noch nie gesehen. Aber das kann man schon selber kann. Aber egal. Wir gucken trotzdem erstmal alles durch. Mein ganzer Rucksack ist vermutlich schon wieder voll mit irgendwelchen Kristallen und keine Ahnung was. Oh mein Gott, diese Stühle. Yay. Der komplette Front mit nichts. Ich weiß gar nicht, war das der Raum, wo ich den Zettel gefunden hatte mit den zwei Jägern und dem Schwein und der so komisch geschrieben war? Wäre wohl eine Möglichkeit. Okay, hier ist auch überhaupt gar nichts auf der Etage. Außer ein, zwei Klunker. Aber das ist jetzt auch nichts Tolles. Okay, es geht noch weiter hoch. Okay, und hier ist abgeschlossen. Bin mir nicht sicher, kann man da durch die Decke gucken? Das könnte wohl so sein. Okay, also war das hier jetzt mal komplett nutzlos, aber immerhin haben wir es gemacht. Das heißt, ich weiß, ich muss hier nie wieder rein. Es sei denn, ich brauche Geld. Aber das ist unwahrscheinlich. Denke ich zumindest erst mal und später auch mal. Es sei denn, hier ist noch irgendwo was. Naja, na, na. Nein, nö, 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 nö. Okay, ein Safe hatte ich auch schon. Okay. Das heißt, jedes Mal, wenn ich rauskomme, dozt mich schon irgendein Zombie an. Ganz abgeschlossen. Ich werde jetzt auch noch mal schnell, ich werde einfach alle Häuser durchgucken. Und damit werde ich hoffen, dass ich das irgendwie in Grenzen halten kann mit dem Video und der Länge und der Langeweile da drin. Weil gerade viel passieren tut nicht. Es tut mir auch unglaublich leid, aber manchmal muss sowas auch sein. Einfach nur mal ein bisschen farmen. So gut wie es geht. Und dann hoffen, dass irgendwas passiert. Das heißt, auf jeden Fall, dass ich jetzt endlich da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Und das ist mein Boss. Ich habe sogar den Schlüssel. Das heißt, theoretisch müsste ich nicht mal mehr nach oben laufen. Sollte ich aber vielleicht tun, für's Speichern. Ich will mir halt gerade ein bisschen überlegen, ob ich das tun möchte oder nicht. Und ich glaube, ich entscheide mich für ein Ja. Oh shit. Das war Munitionsverschwendung. Hätte ich nicht machen müssen. Egal. Munition und Lebensverschwendung übrigens. So, das habe ich jetzt gespeichert. Wunderbar. Ich wäre halt normalerweise jetzt die Person, die sagen würde, okay, das war's mit dem Part, aber da das jetzt einfach nur langweilig war, werde ich einfach nochmal versuchen, den Boss zu kriegen. Und dann werde ich alles reinballern, weil mir das Spiel gesagt hat, es ist vollkommen egal, ob ich Headshots mache oder nicht. Das heißt, ich kann richtig schön reinklüppeln. Ist das der richtige Raum? Ja, okay. So, ich würde aber gerne mal, kann ich nicht, hab nichts mehr zum Verkaufen. Aber meine Waffe könnte trotzdem aufgebessert werden und zwar mit schneller Laden. Okay. Okay. Lass mich aus dem Menü raus. Okay. Okay. Here we go. Surely it's me, Papa. Don't be scared. I'm scared. Everything's gonna be alright. It's not going to be alright. It's not. They wanted to capture me, so I ran to be here. Relax. I will get us out of here. Okay. Let's hurry. It hurts. Where does it hurt, my little girl? It hurts. Right here. Surely. Oh, God. What the hell? So. Ich bin mir zwar immer noch nicht ganz sicher, ob ich auf den Boss schießen muss. Oder ob ich auf dieses Ding hier schießen? Das macht zumindest keine Treffergeräusche. Ich mag die Pistole gerade. Weiß zwar nicht, ob es genug Schaden macht, aber who cares? Wie? Klick, klick. Hab ich gerade nachgeladen. Ach, die Pistole einfach klick, klick. Okay, klack nach. Aber die ersten zwei Schüsse wollen nie durchgehen. So ein Bild. Mein Gott, wie viel muss man denn in die reinschießen? Warum ist hier das Licht bei der Taschenlampe? Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Oh mein Gott, der frisst aber auch nur. Wow. Das ist ja echt die wirklich langsamste Schnellschusspistole. Schnellschussgewehr. Glauben wir, was ich hier gesehen habe. Mach ich das hier richtig? Offensichtlich nicht. Egal, ich versuch's weiter. Ich mein, das ist mir das einzige, was mir gerade ist. Oh, guck mal, es ist weg. Moment, hätte ich einfach nur die ganze Zeit rennen müssen. Aber der ist halt immer noch da. Man verwirrt. Stirb. Sag mir jetzt bitte nicht, ich kann dich nur mit einer Strohflinte besiegen. Das wäre unfair. Aua. Oh Gott, der macht schon. Ah, Gott. Was ist es das? Ich bin mir nicht sicher. Naja, ich muss hier auch was anderes machen. Verwenden Sie die Karte, damit Sie sich nicht verlaufen. Danke. Das ist ein brandaktueller Tipp, den hätte ich jetzt echt gebrauchen können. Aha. Ich mein, ich war komplett, ich hab alles reingeballert, was ich hatte. Mehr hätte ich nicht großartig machen können eigentlich. Es gibt doch nirgendwo ne Erklärung, wie man was macht oder was man wie hätte tun sollen oder können machen. Gedönsen. Auf. Blah, blah, Ich mein, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist mich vielleicht dieses rote Ding ins Reihen zu stellen und zu hoffen, da passiert irgendwas. oder ich renne die ganze Zeit im Kreis wie ein Blöder, aber alle Türen, die da sind, sind ja auch zu. Es geht ja nix. Ich bin absolut verwirrt. Oh Gott. Ja, ich vergesse jedes Mal, dass ich nicht springen kann. Die Tür ist zu. Hier ist zu. Ich kann nicht meine Taschenabahn machen. Ich mein, ich kann da durchrennen. Bringt mir offensichtlich nicht viel. Au. Ich muss die ganze Backbahn hier weglassen. Das ist vielleicht oben an der Decke irgendwas. Oh, Tatsache. Ja Mann, da muss ich erst mal hin. 1 vor 5. 1 vor 5 warf. Wie 1 vor 5? Womit 1 vor 5? Okay, äh, 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 ich suche nach Medaillons. Nach, äh, gültenden, vielleicht auch nicht ganz gültenden Medaillons. Du machst komische Geräusche. Könntest du das lassen? Ähm, ich habe kein, jetzt habe ich eine Taschenappe. Okay, die macht es nicht besser. Äh, äh, vielleicht auch oben noch. Das ist er. Auf sich zu schießen bringt es aber offensichtlich nicht mehr. Oder, jetzt sagen wir nicht, das sind irgendwelche versteckten Kackdinger, die man sammeln kann. Die brauchst du mir jetzt nicht auch noch auf der Backe binden. Vor allem nicht mit dem Bosskampf. Ernsthaft. Okay, ist hier vielleicht, ja, ja, nicht, ja, meine Ausdauer nähert sich dem Ende. Da liegt irgendwas, oder? Ich bin ja nicht doof. Liegt doch was. Da müsste ich nur erstmal hin. Medikit. An der besten Stelle, die man sich wünschen kann. Okay, war das jetzt wirklich nur so ein Einsammelding oder was? Hä? Bin zu sehr verwirrt. Da, oder? Wo war ein Fenster? Ich bin hoch. Bin hoch. Achso, das war Licht von außen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn der eine Typ am Telefon zu mir sagt. Nein, ich wusste nicht, dass das geht. Wenn der eine Typ zu mir gesagt hat, am Telefon, ja, du willst dich jetzt wirklich auf den Kampf einlassen, dann lass uns doch, äh, dann musst du zur Polizeistation kommen und dir deine Waffe abholen. Ich habe ja offensichtlich meine Waffe jetzt in der Hand. Aber trotzdem funktioniert das nicht. Obwohl ich hier gerade alles in den Reinen baller. Das stört halt einfach nicht. Das wäre schön, wenn er sterben würde. Aber irgendwie hat er was dagegen. Ich habe nichts mehr. Ich habe meine Tochter erschossen, offensichtlich. Alter, hat er viel ausgehalten. Mein Gott. Püff. Ups. Das tut mir jetzt aber leid. So wenig Blut für so einen großen Körper? Ich bin mir auch nicht so sicher. Okay, ist irgendwas auf? Und was war das für eine Medaille? Warum erklärt mir eigentlich niemand irgendwas? Hinweise, Schulnote. Shirley ist tot? Das glaube ich nicht. Ich muss diesen mysteriösen Mann finden. Vielleicht weiß er etwas. Ich muss Stan nach ihm fragen. Okay, bevor du Stan fragst, solltest du vielleicht erst mal hier rauskommen. Was nicht geht. Weil alle Türen zu sind. Ja, das wusste ich. Fuck it. Stan! Okay, wir sind erfolgreich fertig. Zumindest mit der Schule. Und das heißt auch nur, solange wie nicht irgendwann wieder heißt, wir müssen zurück in die Schule. Aber immerhin. Das ist schon mal etwas. Ich meine, ich habe eine Menge gelernt. Ich weiß, es gibt Sachen, die respawnen können. Das heißt, ich kann mich jedes Mal wieder ausrüsten, wenn es sein muss. Ich habe gelernt, dass ich einem Zombie nicht zwangsläufig einen Headshot geben muss, damit er schneller stirbt. Zumindest nicht in diesem Spiel. Ich habe leider immer noch nicht erfahren, wo meine Strohflinte ist, die ich jetzt schon seit gefühlt vier Episoden lang suche. Aber okay, was auch immer. Dafür habe ich eine andere Waffe gefunden. Ich habe einen Boss besiegen. Ich weiß, dass sie unglaublich viel fressen. Irgendwo in dieser Stadt sind mehrere Medaillen versteckt. Und offensichtlich ist das Aufzählungssystem von den Apartments hier sehr, sehr seltsam. Das sind alle Dinge, die ich heute gelernt habe. Ich hoffe, ich muss keinen Test schreiben. Ich könnte Stan allerdings jetzt nochmal fragen. Das machen wir noch. Ich will nicht wissen, wie oft ich diesen Scheiß Zombie jetzt schon erschossen habe. Es ist trotzdem so ein Gefühl in einem drin, falls ihr das kennt. Man will trotzdem Headshots machen. Oh, es ist du. Wie ging die Suche für deine Tochter? Ich habe sie gefunden, aber sie wieder und die Spahn der Hölle kam. Ich weiß nichts mehr. Manchmal scheint es, dass alles das einfach ein schlimmer ist. Wenn du entscheidest, dann ist es besser, für Sie zu gehen durch die Mining Tunnels. Es ist darkness surrounding der Stadt. Once du enter dieser Stadt, es ist no way zurück. Who ist dieser strange man chasing me? Er always wears a cloak und hat. Er ist one of die members of our Brotherhood. Er ist ein horrible human being. Well, I have questions from. Where can I find him? Er lived on Martin Luther Street, building 26 slash 2. Is everything you know about him? Yes, maybe you can let me out and I will help you. I looked for the keys but I didn't find them. This cage can be opened with a simple spell. That place you're going to has a special book. Bring it here. All right, if I find it then I'll help. Okay, why why do need to the police station in the prison . Okay, that is I what I I think I understand he is a incredibly b man the man said the man said the whole time you Ah, du gehörst hier nicht hin. Du bist böse. Ich meine, okay, das mit dem Böse habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber verlasse diese Stadt sofort. Dann ist alles okay. Ansonsten passiert irgendwas. Warnung hier, Warnung da. Ne, 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 ne. Und auf einmal soll er doch der Böse sein. Sicherlich versucht er mich nachher zu töten. Und er ist auch ein Boss, der irgendwie Millionen von Kugeln schluckt. Aber trotz alledem versucht er mir ja trotzdem zu helfen. Er will ja irgendwie, dass ich die Stadt verlasse. Ha. Schon ein bisschen seltsam. Aber okay. Ich meine, ich kann damit leben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass mein Inventar so unglaublich beschissen zusammengeordnet ist. Ganz jetzt. Oh, das war knapp. Ich meine, ich habe gerade gespeichert. Ich habe ja nicht so schlimm gesehen. Okay. Also, das nächste Ziel ist, ich kann ja nicht auf die Karte gucken, richtig? Richtig. Aber da ist die Treppe nach oben. Oder nach unten. Das heißt, mein nächstes Ziel ist die 26. Bude 1. Was auch immer das heißt. In der Luther Street. Und da bin ich dann hoffentlich fündig. Aber ich bin der Meinung, ich habe nicht gesehen, dass da ein Haus wäre. Vielleicht schalten die sich auch immer erst nacheinander frei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich gerne teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Und ich weiß, der war ziemlich langweilig. Aber es tut mir leid. Irgendwann muss man ja mal Sachen suchen. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.